Tag für Tag geschieht im beruflichen Alltag das, was letztlich unbezahlbar ist. Viele Arbeit wird getan, ohne dass darüber groß gesprochen wird. Da springt eine Kollegin für eine andere ein, da wird nicht auf die Uhr geschaut, sondern ausgeholfen und beigestanden. Da wird stillschweigend Verantwortung übernommen. Zusammenleben geht eigentlich nur dann gut, wenn nicht bloß Dienst nach Vorschrift gemacht wird. Für mich wird das einmal mehr deutlich jetzt in der Corona-Pandemie, und zwar an diesem Ort, dem Katholischen Klinikum St. Joseph Hospital hier in Bochum. Krankenhäuser wie dieses und die vielen Orte der Gesundheitsversorgung in unserem Land sind Orte der stillen Hilfeleistung. Das, was Ärzte, Pflegepersonal und viele andere tun und getan haben, um Corona-Erkrankte zu behandeln, Sterbenden beizustehen, Angehörige zu trösten und totewürdig zu verabschieden, geht oft über die normale Arbeitsleistung weit hinaus. Dafür möchte ich Ihnen allen an dieser Stelle danken. Die Gespräche, die ich in diesem Zusammenhang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Krankenhäusern, aber auch in Altenheimen, Seniorenzentren, Hospizen und in anderen karitativen Einrichtungen führe, bewegen mich innerlich sehr. Was wir in der deutschen Sprache Krankenhaus nennen, das ist in vielen Gegenden und Ländern, so auch hier in Bochum, ein Hospital. Und dieser Begriff spielt auf ein wesentliches Moment der Krankenhäuser an. Es sind Orte der Gastfreundschaft, wo man aufgenommen wird, in der Hoffnung, gut behandelt zu werden. Hier sind wir Gäste, die aber zugleich lernen müssen, dass wir grundsätzlich nur Gast auf Erden sind, wie es in einem Kirchenlied heißt. Für mich gehört dieser Gaststatus auf Erden zu meinen christlichen Selbstverständlichkeiten, weil die eigentliche Heimat im Himmel ist, wie es der Apostel Paulus einmal beschrieben hat. Das ist eine Verheißung, die tröstlich sein kann, aber auch oft wehtut, denn sie besagt, dass mein irdisches Leben endlich ist und ich immer wieder Abschied nehmen muss. Das gefällt allerdings umso leichter, wenn ich ein klares Ziel vor Augen habe, auf das ich zugehen will. Jetzt, in der Fastenzeit, gehen wir Christen ganz bewusst den Weg auf Ostern zu. An diesem großen Fest wird ein Ziel gefeiert, das weit über unser Leben hinausweist, die Auferstehung Jesu. Heute wird in der Heiligen Messe im Evangelium daran erinnert, dass Jesus selbst den Weg durch den Tod hindurch gehen muss, um zum Leben aufzuerstehen. Er spricht dabei von sich als einem Tempel, der abgerissen und nach drei Tagen wieder aufgerichtet wird. Das Bild vom Tempel gilt aber für jeden Menschen und zwar in einer besonderen Weise. Jeder Mensch ist ein Tempel Gottes, weil Gott jedem Menschen einwohnen will und genau das bewahrheitet sich im Tod, so unsere christliche Überzeugung. Auch im Tod ist und bleibt Gott bei dir. So wirst du auferstehen in die Ewigkeit. Ein Krankenhaus als Hospital sagt mir, ich bin nur Gast auf Erden. Aber was für echte Gäste schon hier gilt, gut behandelt zu werden, das erfüllt sich erst recht, wenn wir unser eigentliches Ziel, unsere Heimat im Himmel erreicht haben und auferstehen. Dann sind wir nämlich Gäste am Tisch Jesu, wie es ein anderes biblisches Bild beschreibt. Mir gibt dieses Ziel Hoffnung, die Wege des Lebens zuversichtlich zu gehen. Gäste. Gäste. Gäste.